Servus und herzlich Willkommen im Hofbreihaus Traunstein. Gebt eine mit mir. Ich bin der Seiler Maximilian, der Brei vom Hofbreihaus und ich habe es ja schon wirklich schön erwischt. Ich bin geboren in der Brauerei, ich bin aufgewachsen in der Brauerei und ich werde auch jeden Tag da arbeiten. Und wenn euch das auch interessiert, dann werdet ihr euch herzlich einladen zu uns zur Brauereiführung ins Hofbreihaus. Bei uns seht ihr über 400 Jahre Familientradition und echtes Brauerhandwerk. Zum Beispiel da im Sudhaus noch die alten Kupferpfanne. Und natürlich zeigen wir euch auch unseren neuen Gär- und Lagerkeller. Da seht ihr ganz moderne Technik, mit der man aber Bier brauen kann, Bier vor 100 Jahren. Mit unserer liegenden Lagerung und unserer offenen Gärung. Und außerdem zeigen wir euch noch mal absolute Besonderheiten, die dazu führen, dass unser Bier so gut schmeckt, es schmeckt. Ja, dann dürft ihr natürlich auch was probieren von unserem Bier. Und wir dürfen euch jeden Montag, Dienstag und Mittwoch um 11 Uhr willkommen heißen bei uns in der Brauerei. Und wenn es einmal nach der Arbeit ist, auch immer am Montag um 18 Uhr. Oder wenn ihr eine Gruppe seid oder ein Verein, dann können wir uns auch individuell etwas ausmachen. Und gerne auch dann mit einer besonderen Brotzeit oder einem Spanfacki bei uns im Reisstüber. So, jetzt freue ich mich, wenn wir uns sehen bei uns in der Brauerei. Dann rinke ich aus und dann muss ich schon wieder weiter zur nächsten Bierprobe. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.